also im discord channel im discord channel ist folgende folgendes folgender satz einfach mal in den raum geworfen worden mit der bitte ob wir den nicht mal beweisen könnten also wir haben ein rechtwinkliges dreieck skizziert es hier mal schnell also ich wollte es immer mal hier mit dem mit dem hier machen also rechtwinkliges dreieck okay rechtwinkliges dreieck und zeichnen wir es mal mit a b c die seiten nach der konvention werden ja immer die seiten gegenüber den ecken mit dem gleichen buchstaben bezeichnet aber eigentlich ist egal wie man es bezeichnet so a b c rechter winkel okay so und die behauptung ist wenn ich jetzt hier einmal die höhe einzeichne nennen sie mal h kann auch hc sagen ja lassen wir mal h ist diese höhe meine ich die höhe die auf c steht auf der seite c und jetzt gibt es die folgende behauptung 1 durch h quadrat ist gleich 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat das heißt wenn ich das quadrat über der höhe habe und dann den kehrbruch bilder also 1 durch h quadrat ist gleich 1 durch das quadrat über der seite a plus 1 durch das quadrat über seite b so das ist zu zeigen so ihr seid dran wie machen wir das wie könnte man das zeigen hat hier mal eine idee was könnte man mal machen meistertyp geht gar nicht mitbekommen dass ich heute streamer das habe ich auf allen kanälen auf allen kanälen habe ich das gepostet vielleicht habe ich welche vergessen muss man sagen wo ich es vergessen habe vielleicht die ersten ideen mal hoch minus 1 nehmen ja könnte man vielleicht machen genau c in p und q aufteilen das kann man ja mal machen es wird vorgeschlagen jetzt c in p und q aufteilen üblicherweise wird das so gemacht eine p unter a also p ist der hypotenusen abschnitt unter a und q ist der hypotenusen abschnitt unter b ja genau bis nicker sagt auch c wird zerlegt in c1 plus c2 ich habe jetzt mal p und q gewählt ist völlig egal aber so oder so machen weapon of math instruction sagt höhensatz drauf werfen ja flotschi kelly von dir stammt der betreitag auf discord dazu danke genau richtig sieht verdächtig nach dem satz des pythagoras aus nur ohne direkten rechten winkel ja naja wir haben schon einen rechten winkel hier oben bei c bei dem punkt c haben wir einen rechten winkel also wir haben schon rechtwinkliges dreieck pythagoras und höhensatz irgendwie kombinieren ja ja es geht schon es geht schon in die richtung genau wir brauchen vielleicht mal die satzgruppe des pythagoras also es ganz gut sich nochmal klar zu machen was gilt denn eigentlich in rechtwinkligen dreiecken und das dann vielleicht verwenden genau da kann man irgendwie pythagoras drauf hauen okay schauen wir mal was gilt denn hier in in rechtwinkligen dreiecken wenn man wenn man denn die satzgruppe des pythagoras mal betrachten satzgruppe des pythagoras schreibe ich mal hin und welche sätze kennt ihr denn es wurden schon zwei genannt satzgruppe des pythagoras welche sätze kennt ihr da eine wurde schon genannt naja weapon of math instruction satz des pythagoras höhensatz und kathetensatz höhensatz heißt auch höhensatz des euklid und kathetensatz des euklid genau diese drei sätze also satz des pythagoras satz des pythagoras den kennt jeder also ein bisschen aufpassen viele leute sagen da a quadrat plus b quadrat gleich c quadrat aber eigentlich ist natürlich die summe der katheten quadrate ergibt das hypotenuse quadrat in unserem fall ist aber tatsächlich so wir haben a b und c also a und b sind die katheten also in unserem fall gilt tatsächlich a quadrat plus b quadrat gleich c quadrat außerdem hat weapon of math instruction gesagt der höhensatz weapon of math instruction in den fachanforderungen schleswig holstein ist die satzgruppe dolphe angeht als konzeptuelles lernen was ist damit gemeint kannst du es mal neu erklären würde mich interessieren ist die gruppe wenigstens abelsch die satzgruppe weiß ich nicht ob die kommutativ ist muss man mal gucken satzgruppe total groß also genau jetzt waren wir beim höhensatz der höhensatz wie lautet der noch mal wer weiß das höhensatz wie lautet der l a p mal q quadrat a a ich glaube wahrscheinlich hast du dich vertippt da stelle ich bin ja jetzt hier genauso h quadrat gleich p mal q genau also das quadrat über der höhe hat die gleiche fläche wie das rechteck mit den seitenlängen p und q also wenn ich jetzt hier unten drunter ich ziehe das mal hier oben unter dem unter dem dreieck wenn ich jetzt hier aber das war falsch müsste q sein wenn ich jetzt hier ein rechteck drunter skizziere mit den seitenlängen p und q dann hat es die gleiche fläche wie das quadrat mit der kantenlänge h als beispiel dafür dass die schülerinnen und schüler nicht nur einfach einen satz auf die aufgaben draufhauen können bis diese aufgibt das was wir jetzt machen gerade sondern das konzept der zusammenhänge im dreieck auf einer konzeptuell nicht auf einer anwendungsebene verstehen also tief verstehen genau verständnisorientiert und mathematikunterricht das ist ja das worum es im wesentlichen gehen sollte in der mathematik nicht einfach nur regeln auswendig lernen sondern die einzelnen sätze auch verstehen wir versuchen jetzt hier gerade eine aussage zu verstehen hier oben nämlich diese seltsame aussage mit den brüchen okay wir haben jetzt fast alle aussagen zusammengetragen der dritte satz aus der satzgruppe des pythagoras fehlt noch der kathetensatz wie lautet der kathetensatz das sind eigentlich zwei aussagen für jede kathete hey hubi danke fürs folgen super herzlichen dank freut mich dass du da bist ja wie laut der kathetensatz wer hat eine idee oder wer weiß es siebte klasse zu lange her musste ich googeln naja deswegen frischen wir es ja gerade auf ne wir frischen gerade unser wissen so ein bisschen zur satzgruppe des pythagoras auf und beweisen wir was gemeinsam und da gehen wir heute heraus und haben er erinnert uns wieder weiß es jemand kathetensatz zeige nochmal das rechtwinklige dreieck oben das hat irgendwas mit a zu tun und p a quadrat ist gleich 10 mal p erler genau richtig ich skiziere es noch mal kurz hier neben dran in klein also ich hab hier a und b hier p und q und das ganze ist c ne und a quadrat a quadrat das soll a quadrat sein das ist genauso groß wie wie p mal c und b quadrat ist genauso groß wie q mal c ja also b quadrat ist q mal c a quadrat ist p mal c und demnach ist a quadrat plus b quadrat gleich p plus q mal c also c quadrat weil p plus q gleich c ist also diese fläche ist gleich groß wie diese hier und diese fläche ist gleich groß wie diese hier und demnach ist a quadrat plus b quadrat gleich c quadrat okay also a quadrat ist gleich p mal c und b quadrat ist gleich q mal c okay genau weapon of math instruction die flächen über den katheten finden sich genauso also die quadratflächen über den katheten finden sich genauso in den anteilen der gesamtfläche unter der hypotenuse wieder wenn man die höhe als aufteilung fortführt das ist schön formuliert ja genau sehr schön um mal elemente sprech anzunähern ja genau okay so jetzt haben wir die sätze und jetzt haben wir hier oben unseren satz immer noch beweisen wollen 1 durch h quadrat ist gleich 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat heute stundenlang physik aufbereitet aber kein pythagoras mehr können das ist mein humor ja okay lasst uns das einfach mal gucken ob wir das jetzt hinkriegen 1 durch h quadrat ist 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat wie könnte man anfangen wir wollen wir wirklich so richtig nach allen regeln der kunst beweisen und ich würde sagen wir beginnen mal auf der linken seite bei 1 durch h quadrat und machen mal so lange äquivalenz umformung bis wir rechts raus kommen bei 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat okay lassen sie mal probieren wir fangen 1 mit an mit 1 durch h quadrat was können wir machen mit all dem was wir schon wissen ansätzen 1 durch h quadrat ist was 1 durch p mal q genau 1 durch p mal q was können wir jetzt machen wir müssen ja immer gucken wo wollen wir hin wir wollen hin auf eine rechte seite in der a quadrat und b quadrat drin vorkommt jetzt haben wir aber weder a noch b a quadrat noch b quadrat drin sondern p und q können wir irgendwas verwenden um p und q zu ersetzen um irgendwie auf a quadrat und b quadrat zu kommen was können wir machen p umform zu a quadrat durch c genau wir wissen ja hier schaut mal a quadrat ist p mal c sehr gut ja genau jens genau zippt hat auch genau ja ruby hat die gleiche idee genau also p ist gleich a quadrat durch c und q ist gleich b quadrat durch c also können wir das doch jetzt hier einsetzen das also 1 durch a quadrat a quadrat durch c mal b quadrat durch c ok wie geht es weiter ah ja ist mal genau was machen wir wie multipliziert man brüche was kommt jetzt hier raus ist gleich eins durch ja bis nickers du bist schon ein schritt schneller als wir glaube ich genau ja würde jetzt erstmal nur die beiden brüche miteinander multiplizieren ne also a quadrat mal b quadrat durch c quadrat ne genau richtig illa so und jetzt muss ein bisschen bruchrechnung regeln kenne wir holen jetzt das c quadrat in den zähler hoch ist das gleiche wie c quadrat durch a quadrat mal b quadrat wenn irgendwas nicht klar ist einhaken ne also ihr könnt jederzeit fragen stellen wenn ihr was nicht versteht wenn irgendwas so schnell geht in den chat hineinschreiben klären wir zusammen keiner geht hier raus und hat irgendwas nicht verstanden hi corrupt mango danke fürs folgen schön dass du da bist ok also wie gesagt wenn ihr fragen habt einfach fragen ne jederzeit fragen keiner geht hier raus mit einer verständnislücke so was machen wir jetzt wir haben rechts auf der seite immer noch a quadrat und b quadrat schon mal nicht schlecht da wollen wir hin also noch mal zu allen wir wollen hier oben hin da rechts muss rauskommen 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat so jens was meinst du kannst du das nochmal das zu zeigen zeigen das verstehe ich nicht ganz was soll ich noch mal zeigen genau wir haben auf der rechten seite noch so ein c quadrat was stört ne hi corrupt mango endlich mal was sinnvolles hier ah das kann ja gut aber ich finde die gaming streams sind auch sinnvoll ne und die music streams ich habe ein paar empfehlungen bei mir unten drin also music streams die ich immer ganz gerne auch höre auf twitch jule the fox finde ich zum beispiel super tolle empfehlung reingehen wenn der auf techno musik steht ah ja was rum kommen soll genau also am ende soll ich schreibe nochmal unten hin was raus kommen soll 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat das muss man ein bisschen angewöhnen mit dem tablet auch sauberer zu schreiben so das soll raus kommen am ende ok das soll raus kommen und wir sind jetzt aber hier wir sind jetzt noch hier und müssen jetzt umformen so lange bis wir da unten raus kommen und da stört uns jetzt das c quadrat noch wie werden wir das los ah fremlin hat schon einen hinweis genau wir können den satz des pythagoras verwenden ne c quadrat ist a quadrat plus b quadrat durch a quadrat mal b quadrat a quadrat plus b quadrat durch a quadrat mal b quadrat so und was machen wir jetzt wir sind kurz davor wir haben es fast geschafft leute kürzen kürzen ja ja genau aber ja durchsummen kürzen nur die dumme die alte sprüche die man so drauf hat mag ich ehrlich gesagt nicht so gern weil durchsummen kürzen nur die dummen wenn man sowas sagt und Leute haben das versiedlich gemacht dann denken die die sind dumm oder so ist doch Quatsch ist doch niemand dumm hat halt einen fehler gemacht meine güte wir müssen ein bisschen aufpassen dass wenn jemand da tickt Leuten nicht den eindruck vermitteln sie seien dumm weil sie irgendwas nicht verstanden haben oder irgendwas einen fehler gemacht haben oder so das ist schlechtes feedback das betrifft jetzt nicht dich sondern die Leute die das vermittelt haben genau in den summen kürzen nur die ganz schlauen naja genau genau wir teilen jetzt sozusagen die every time you do this a kitten dies oh mein god ja genau wir können jetzt ja die summe auseinander ziehen ne also das ganze ist jetzt wir können zwei brüche miteinander addieren um auf diesen gesamt zu kommen nämlich a quadrat durch a quadrat mal b quadrat plus b quadrat durch a quadrat mal b quadrat ne also wenn ihr das jetzt rückwärts denkt dann ist es ja so wenn ihr rückwärts denkt dann ist es so als hättet ihr die beiden ähm die beiden äh brüche genommen und addiert dann bedeutet das im zähler die zähler werden addiert wenn die nenner gleichnamig sind ne und die nenner sind hier gleichnamig a quadrat mal b quadrat ne zeig's nochmal also rückwärts gedacht von hier nach da ne a quadrat mal b quadrat sind die beiden nenner so die beiden brüche haben also den gleichen nenner also könnte ich die brüche addieren und muss dann nur noch die zähler addieren und kommen auf das hier so ich habe das ganze rückwärts gemacht ne oder wir haben das ganze rückwärts gemacht so haben es aufgeteilt den bruch ja und jetzt sieht man ne schaut mal jetzt kann ich kürzen ne hier kann ich a quadrat kürzen und dort kann ich b quadrat kürzen und was dann rauskommt ist 1 durch b quadrat plus 1 durch a quadrat oder 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat machen wir das vielleicht noch kurz das mal weg ich brauche ein bisschen mehr platz also da steht also jetzt hier 1 durch b quadrat plus 1 durch a quadrat und das ist natürlich das gleiche wie 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat und ich glaube ich sage jetzt was was ich zum ersten mal in einem stream sage nämlich q e d ah wunderschön yay goal erreicht genau wir brauchen irgendein q ed emoji das dann alle posten können wenn wir irgendwas bewiesen haben ne b snickers das cool ist bei dem beweis dass einfach jedes der drei bekannten resultate verwendet wurde also eine schöne übung eigentlich genau wir haben alle drei sätze aus der satzgruppe des pythagoras verwendet um diesen einen satz zu zeigen und es immer ein tolles gefühl das schreiben zu können zu dürfen ja genau schlotschi kerl ich hätte noch einen anderen beweis einsatz der ohne höhensatz und kathetensatz auskommt oh das wäre spannend nervous nervous reporter ja genau versuch mal was zu zaubern das wäre cool frank metford ja geil q ed das ist auch sehr süß ja q ed q ed logica vielleicht willst du noch sagen wie du das gelöst hast ohne höhensatz und ohne kathetensatz kann man sich gut merken ja genau q ed ja das finde ich sollten wir etablieren q ed d logica ich würde den weg über den flächeninhalt gehen a mal b halbe ist gleich h mal c halbe warte mal schau mal h mal b halbe ist gleich h mal c halbe ah ja ok über den flächeninhalt ah ok und q ed sprechen wir aus wie dach admiral wurst ja genau also du betrachtest sozusagen ähm den flächeninhalt des rechtecks mit den seitenlängen a und b und a mal b halbe ist ja der flächeninhalt des dreiecks und h mal c halbe ist auch der flächeninhalt des dreiecks ok h mal c halbe ist auch der flächeninhalt des dreiecks wollen wir mal gucken vielleicht können wir das damit lösen gucken wir mal genau machen wir einen zweiten ansatz a mal b halbe ist gleich h mal c halbe du würdest also über den flächeninhalt gehen wir wollen beweisen 1 durch h quadrat ist gleich 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat machen wir das mal zusammen oder finde ich spannend jetzt ok wie können wir da weitermachen a mal b quadrat a mal b durch h 2 ist gleich h mal c durch 2 wir wollen da rechts rauskommen was können wir da jetzt machen wir hatten vorschlag was machen als nächstes wenn wir jetzt von hier mal starten und wollen nach h umstellen naja können wir mal machen ne also erstmal können wir ja durch 2 können wir ja streichen ne auf beiden seiten also a mal b ist gleich h mal c oder und dann nach h umstellen dann ist h ist gleich a mal b durch c hm hm wie geht's weiter nehm wir eine idee was können wir machen klärwert bilden durch 1 ok 1 durch h ist gleich c durch a mal b ach Leute geil 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 ja seht ihr es auch schon seht ihr es auch schon was machen wir jetzt geiler ansatz logically cool richtig geil was machen wir jetzt wer hat eine idee oh Leute es macht so spaß mit euch quadrieren genau 1 durch h quadrat ne also 1 quadrat durch h quadrat ist gleich c quadrat durch a mal b zum quadrat so das können wir noch umrechnen h c quadrat durch a quadrat mal b quadrat ok ja und jetzt sind wir genau da wo wir vorhin waren ne das können wir jetzt eigentlich gemeinsam fertig machen also ne das können wir 1 durch h quadrat ist gleich jetzt können wir c quadrat ersetzen durch a quadrat plus b quadrat und dann sind wir genau da wo wir vorhin waren oh man was ein was eine tolle alternativlösung so ne und das können wir jetzt wieder a quadrat kürzen b quadrat kürzen kommt raus 1 durch a quadrat plus 1 durch b quadrat kommt postet das in den chat leute q q q q q ed logically vielen herzlichen dank wow oder cool cool ja das bin ich auch richtig begeistert also finde ich richtig geil da haben wir zwei verschiedene beweis ansätze richtig durchgearbeitet zusammen und ähm und sieht gut zusammen oder mit uns hier also ich mag das in den streams dass wir uns das gemeinsam überlegen ich hatte mir natürlich den ersten beweis wie ich schon vorher im verfeld ein bisschen überlegt ne das hätte aber von selbst drauf gekommen finde ich super und den zweiten kannte ich nicht ne den haben wir gerade gemeinsam gemacht und hat richtig gut funktioniert super toll so muss das laufen logically ist einfach ein voll profi ja absolut super ja fühlt euch gerade auch so gut wie ich wir haben etwas nicht nur einmal bewiesen sondern zweimal bewiesen Doppelkommoppelt hält besser oder Linux ich muss Differentialgleichung Übung höre aber zu wir haben den selben Satz zweimal bewiesen auf unterschiedliche Arten und da wäre ich nie im Leben drauf gekommen jetzt hier über den Flächeninhalt zu gehen ne weil da denkt man nicht dran ich war natürlich schon irgendwie so gebrieft auf den die Satzgruppe des Pythagoras auf die Satzgruppe des Pythagoras und was natürlich cool ist ist mal die Fläche des Dreiecks zu betrachten auf unterschiedliche Arten und Weisen auszurechnen also A mal B durch 2 ist klar aber ist ein rechtwinkliges Dreieck geht das und halt ganz normal Dreiecksflächenberechnung ein halb H mal C mal H oder ein halb H mal C genau Flotte Kelly jeder der hier zuschaut ist automatisch Vollprofi das sehe ich genauso Jens ah wie froh bin ich dass ich keine Mathevorlesung mehr habe kommt auf die Mathevorlesung an würde ich sagen ja cool okay haben wir schön was bewiesen daraus mache ich ein YouTube Video das stelle ich online das ist bestimmt cool für die Leute haben wir gemeinsam gemacht ne gemeinsam unsere Lösung kommt auf YouTube super finde ich toll so ich muss ich das ist das ist dass ich das ist ich kann